Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du kommst wieder, komm ich wieder. Die Menschen spielen einfach nicht mit. Egal was man trifft? Ja. Das Reh halt. Rasen ist eben. Ich will übrigens fack dir in oder fack dir in. Oh Gott, ich will da hin. Okay. Headshot. Du siehst mich jetzt aber ohne Druck, Jan. Das weißt du schon, gell? Was? Also 1 und M. Ja, klar. Headshot. Das müsste eigentlich zwei fehlen. Ja, es gibt extra Punkte. Genau. Vielleicht beim ersten Mal Headshot. Das ist voll wahr. Der hat glaube ich nur Gestrüfe, oder? Ja. Der hat nur Streifen, oder? Mein Bruder denkt immer recht dazu. Das ist ja so. Ja, bloß bin ich schon über 18, oder? Ja. 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 Du bist mir das hört sich so an, oder? Ja, ich hab's gehört. Ja. Wo ihr noch nicht da wart, hab ich mit den beiden mal in die Luftballons schießen, beim Western schießen gemacht. Und dann haben sie mich erschießen lassen, weil ich in alle Ballons weggeschossen hab. Boah. Du trainierst doch nicht. Nee. Nee, nee. Doch, du trainierst aber nicht heimlich. Du trainierst offiziell mit Pistolen. Ja, das ist was anderes. Nee, zielen tut man auch. Nee, wir schießen nicht ab 4. Boah. Wir schießen ab 4. Das war gefahren. Ja, ab 4 Papier. Rund. Gut. Gut. Ja, gut. Aber das ist das auch. Und grün, blau, gelb. Das zielen an sich ist ruhig. Na, ich kann das auch. Nee. Da geht's auch Zeit. Ziehen und schießen. Und dann. Nichts mit ruhig. Zwei Mal vorbei sich. Ja, für mich geht's als Vorbild los. Bis aber der Kaltenteil. Hahaha. Manchmal tut er so. Wo ist denn Thomas? Bei dem war ich geschnitten. Kalt. Langer Samstecker. Ah. Da macht jetzt die Übergabe dann. Auf das ersten Quartal. Das ist ja, ja. Cool. Ist auch alle durch? Okay. Zweimal. Zweimal M. Das kann fast nicht sein. Das kann fast nicht sein. Und hier auch zweimal nix. Ich hab's gestern gemacht, aber ich hab's nicht abgeschossen. So, Jan. Headshot, der brutale Jan. Der hier bist du. Der brutal. Jan. 1 und M. 1 und nix. Da musste man kein zweites Mal treffen. Das war jetzt dann, oder? Da musste man kein zweites Mal treffen. Ich hab nur was gegen Tier. Ja, ich weiß. Ich hab das früher eingemacht. Ich hab das früher eingemacht. Ich hab das früher eingemacht. Ja. Und was hab ich prüft? Kein. Und Jasmin? Nein. M, M. Äh. Das war einer getroffen. Nee, hat man. Hat man dann schon kronen. Jasmin, hast du getroffen? War noch vorbei. Nee, war noch vorbei. Hattest du getroffen? Nee, Doppel M. Doppel E. M, M. Und dann sind hier noch einmal Svenja. Ein M und ein Treffer, oder was? Ja. Genau so war das nämlich. Wenn's tufft, dann war's ein Treffer. Danke. Na ja, toll. Ah, hast du ja zwei M's gemacht. Ja. Danke schön. So, dann geht's wie gesagt von hier weiter auf das Ei. So war der Plan. Von hier direkt? Ja. Ja, irgendwo halt. Ähm, Jasmin? Hä? Das ist so. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Egal. Weil so kriegen wir mehr Tiere gestellt, wenn man das einfach findet. Ist doch schön. Nicht nur Position läuft schon vorne, da hast du die ganze Wiese. Sehr schön. Sehr gut. Ich glaub der Jan zieht uns heute ab, gell? Ja. Haben wir keine Chance. Na ja, gut. Na ja, gut. Sehr gut. Gut, gut. Gut, gut. Cool. das bin ich da kann ich gleich schreiben wenn da kommt ein sohn der kann bogen halten wenn er schon fertig mit schießen kann er gleich zwei zwei Die fehlt halt nicht. Rot. Rot und gelb. Ja. Also mindestens rot. Oh, kannst du auch. Oh, 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 oh. Ganz schlecht. Au. Zwei M's, ich glaube sehr nett. Au. 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 Jetzt bringst du mich durch. Nein, nein. Mein Gleichgewicht ist jetzt weg. Der geht jetzt vorbei. Ei, 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 was geht mit dir los? Ich schwirr. Ich schwirr. Ich schwirr. Auf dem Pilz hätten wir längere Distanzen nehmen sollen, ja? Und man hat auch einen Weitschuss, oder? Später. Alter. Wo kann mein Pfeiler abschieben sind? Du hast ihn jedes Mal direkt wieder dran. Ei, jetzt sind die gleichen Pfeiler, ok? Ah, die zieht sich an. Das waren beide Steine. Die sind bestimmt aus der kleinen Serie. Oh, oh, oh. Ich schwirr. Ich schwirr. Ich schwirr. Ach, wie schön gut. Ah, schade. Knapp. Du musst jetzt treffen. Ich hab vertroffen. Du musst jetzt treffen. Für die Jugend. Ja, das ist so eine komische Witzende. Die Pfeiler waren zu groß. Und, äh, das ist auch gewesen. Seine sitzen. Ich hab was verstanden. Ich hab was verstanden. Ich hab zwei verstanden. Beide waren. Der erste war zu hoch, und der zweite kam. Der ist nicht. Ja. Fertig? Ja. Die waren alle, oder? Der zweite war hoch, aber mittig. Und, äh, der erste ging nach unten weg. Ihr guckt da. Erster. Zweiter. Da muss man ja schon so eingehen. Oh, zwei miss. Oh, zwei miss. Oh, zwei miss. Ich muss mich anhalten. Ich wollte auch. Ich wollte jetzt auch immer mehr ziehen. Ja, genau. Siegen, sag ich. Wenn wir oder wie sein. Ach, scheiße. Ich frag mal. Ich frag mal. Danke. Den ersten hab ich nicht nachgedacht. Da hab ich überhaupt keinen Anker gefunden. Und den zweiten hab ich nicht vergessen, was ich gedacht hab. Aber zweimal overdrauer, gell? Ja. Da hast du gedacht, dann müssen wir uns auch zu folgen. Ich wollte eigentlich auch das Hinterteil schiefen. Das ist immer ein Stück höher. Ja, hinauf zu hoch. Ja. Ja. Oh, okay. Oh, jetzt ist es wieder. Ah, das ist nicht okay. Es ist leicht ein bisschen. Ein schöner drauf, oder? Ja. Immer ein. Besser als keiner. Ich glaub, der Peter hat heimlich geübt. Ist er aufgenommen, ja? Soll ich in den Boden spieg jetzt nicht? Weißt du, den Geübt hat? Das weiß ich nicht. Du warst doch heute Nacht schon da, oder? Es fluglich aufgebaut. Ja. Es fluglich nachts, dann ist die nicht. Und das ist wieder abgebaut. Ja, ja. So, oder? Ja. 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 Einen. Ein und zwei. Ein. 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 Sehr gut. Ich stehe direkt vor dem Ziel. Du hast mich als Ziel hier verwechselt. Ich nehme den schon mit. Ist doch gut, wenn du schweigen musst, ich gebe den. Ja, ich bin schon gerne. Entschuldigung. Wie gesagt, beim Schneemann geht es nicht in den Kopf, ins Gesicht schießen, nur in den Körper, nur in den Bauch rein. Wo hast du den Schneegelassen vom letzten Jahr? Irgendjemand hat ihn in die Nase geschossen, aber nicht letztes Jahr. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Warum darf man dem nicht ins Gesicht schießen? Weil er dann kaputt ist. Irgendjemand ging es dort rum, wo der Schnee ist. Der ist nicht mehr da. Der ist leider nicht mehr da. Aber wenn ich es gewusst habe, hätte ich einen eingefroren. Ja, das wäre mal nicht schlecht gewesen. Wasser kaputt geht. Ist mich eh. Denkst du, wenn ich den Rhein zurück geht, dann wieder? Oder verleicht ich ihn und dann wieder ein Gans? Normalerweise soll es gehen. Ja, geht doch. Ja, ich habe Angst, dass er diesmal ganz raus zieht. Nächstes Mal. Weißt du. Die Noppe. Das ist schön gerade. Deswegen hat man eigentlich immer noch dabei. Aber ich habe jetzt auch keine dabei. Normalerweise habe ich hier. Sehr schön, oder? Sehr gut. Normalerweise habe ich da auch immer noch Versatznoppe dabei. Aber Orange. Jetzt sind aber nicht einmal pink, das sind rosa. Ja, neigerlich. Und die eine ist rot. Ne, ne. Es sind alles eine und dasselbe. Nur je nachdem, wie das Licht da reinfällt. Aber es kann schon sein, dass die ein bisschen dunkler ist. Ich habe da nicht so drauf gehabt. Ich habe nur gesehen, pink. Ja, das stellen wir mir gar nicht. Und dann draußen. Aber dann gesehen, das ist rosa, ist nicht pink. Dann kann ich alles haben. Das hier ist auch pink. Das ist pink, ja. Pinkblau. Aber da passen selbst komischerweise die grünen Noppen dazu. Oh, ich habe auch andere. War das jetzt ein Trafen? Nein, nein. Das klammert gerade zwar. Ich habe jetzt auch wieder rausgedrückt. Na, so. Na, wer es sagt. Sind? Ja, sind? Gern. Rapid, wolltest du? Ne, ich lasse dir so fort mit. Nein, drücken. Oh Gott. Neigen vier Meter weiter, wer war das? Das ist mal zu fisch getroffen. Guck mal, auf die Noppen. Einer. Ne, einfach einen. Oh, klar. Ist die geklebt oder was? Die sind wir ja nicht, gell. Das ist ja merkwürdig. Finde ich sehr merkwürdig. Finde ich sehr merkwürdig. Nur der Peter räumt heute ab. Du hast ja Inas Vorbild genommen. Ja, Beide. Nervin, du hast ja Inas Vorbild genommen. Ja, du hast nämlich schon mal gemein, ne? Ja, wahrscheinlich denkst du vorbei, 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 wenn ich schieße. Hast du Beide? Also er ist mir nicht einer. Er ist schuld. Das ist der erste Fall, wo überhaupt so Viech heute was. Michael, du hast beide, oder? Michael hat beide, ja. Erwin und du? Ich habe Einer. Du hast auch Einer. Michael, der ist noch grüner. Ja. So, hab ich jetzt einen Sech. Wo muss man beim Pilzen treffen, egal wohin? Steine. Objekt treffen. Ach, gut. Ach, gut. Ich hab' ich noch mal schon gesehen. Ja, danke. Erwinner hat einen, ja. Erwinner hat einen, ja. Erwinner hat einen Schoratsche. Wenn ja. Einer. Ja. Du hast einen Pfeil weniger, ne? Du hast einen Pfeil weniger, fehlt dir noch einer? Ja. Du hast einen Impen gemacht, gell? Ja. Okay. Ähm, ja suchen, komm. Ja. Du hast dich aber blöd, ne? Guck mal da. Ja, die sind schon ein paar neue kaufen. Also die Voraussicht für den Bauernhof, wir werden wahrscheinlich wieder mit über 20 machen. Nicht jetzt? Jedes Jahr. Was übrig ist. Ich bring alles mit, was übrig ist. Was Glückwärtskötzer ist. Okay. Ja. Ich sag ja, wir haben eine Bogensport-Welt. Der Schacht ist 5 Euro so lehrer wie bei Onkel Toms Bogenschock. Was auch zu sagen. Ich will jetzt als Ziel vorgehen. Also Onkel Tom ist ein Pfeil. Ja. Der Pfeil ist vollkommen cool. Also der, bei der Bogensport, die hat vorher auch 10... Gern aufgeschlagen, gell? Wird ich sagen. Geil, dann halt ein großes Pfeil. Ah, ich glaub nicht. Was ist das? Also der Pfeil ist auch drauf. Aber guck mal, dann kann ich mich so hier oben sehen. Sehr gut. Und so irgendwas aufhängen. Oh, was haben wir dazu? Dranhängen. Ja, sie machen normalerweise... Ich schlafe dann gegen ein paar Sachen bei ihnen nicht mehr. Sehr schön. Aber freuen sich nicht. Nächste? Fabienne? Am besten ist gut, dass wir eine Reihenfolge einfach halten oder so. Ja. 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 Ich war nicht auf die Kommen, ich bin ja nicht auf den Zugang. Und dann haben die gut funktioniert für mich und meine Reihenfolge, dass sie gut funktioniert. Ich hab nur ein paar Schwerke dabei. Sehr schön. Ja, wir schaffen jetzt dann noch das mal richtig. Ja, das will ich machen. Ja. Ja. Das geht. Wenn der Kornier ist, ich kann mal sagen, dass der Rärm ist. Nein, eins getroffen, dann nichts mehr. Jetzt wieder eins getroffen, jetzt wieder beide. Tiefpunkt. Super. Super. Sehr schön. Sehr gut. Den Hase mit dir, oder? Ich bin nicht schrecklich. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin nicht schrecklich. Ich bin nicht die Hase. Der sollte eigentlich hinter den Reifen. Aber dann dachte man, nee, machen wir lieber. Sehr schön. Kurzen Parcours, ja. Weil Peter hat auch keine Lust, das Plateau frei zu machen. Das weiß ich nicht. Ein Abpraller. Zählst du noch als Treffer? Marvin? Äh, ich piec, weil ich habe gerade die Dinge. Dann der piec, ja. Oder so. Dann der piec, ja. Sehr. Dann ist er wieder. Wahrscheinlich hast du die Kante irgendwo. Musst du die Winkelkarten, dann geht er weg. Also genau. Aber der zählt als Treffer, oder? Ja. Oh, wer schreibt, der trifft. Ja, wie war das? Trauen hier einer statt die Ziki weg in den Augen. Wer schreibt, der bleibt. Der meint, hallo. Der scheiß Zeug da schon durch die Gegend raus. Dann musst du doch was für dich haben. Ja, dann hast du recht. Ja, deswegen. Fertig? Ja. Willst du auch nehmen? Genau, komm. Das nächste schreib ich dann, ja. Fit? Ich bin nicht dran. Sorg nicht. Ich schieße ihn auf. Ich brauche Karma von dir, du weißt ja, gell. Aber positives Bitte. Nimm dich gerne mit dem Training auf. Nimm dich gerne mit dem Training auf. Ah! Ist ja schön. Null. Deswegen bin ich gerade erschrocken. Ah, die Scheibe getroffen. Die Scheibe hinten dran. Das ist ein extra Punkt, oder? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo keiner die Euro getroffen hat. Nur die Daten. Ja. Oh, cool. Einer. Cool. Aufhub. Nächster. Ja, gucke, dass er die Reihenfolge beibehaltet. Also der Treffer hinten dran gibt einen Minus. Null, gell? Oh, aber ganz knapp, he? Ist das schon der Flügel? Ja, ja. Ganz knapp. Ja, bisschen weiter links. Da war blind. Da haben wir einen Vogel. Da fliegt man nicht mehr davon. Kann nur noch laufen. Vielleicht krieg ich ihn. Ja, aber geht gewiesen bei meinem Fall. Ja. Schade. Die Teile, die gehen nach rechts auch. Das hat eine Flugbahn, gell? Ja, ja. Also wenn ich das überhaupt beurteile, kann ich auch nicht gehen. Aber das ist nicht erst bei. Sie bräuchten anderen. Nein. Sehr schön. Perfekt. Super. Applaus. Oh, sie ist blind. Warum gibt das sowas für Sonne? Meinst du Pfeil wert oder was? Ja. Jasmin, was hast du für Pfeiler? 700er. Was? 700er? Ja. Was hab ich? Tausende. Noch weicher. Boah. Ich hab 900. Ich hab 1200. Ich hab 1200. Ist dein eigenes? Ja. Was hat das für ein Spindel? Ja. Der Bogen hat keinen. Wenn dann die Pfeile. Ja, ich mein. Stärke 20. Cool. Ah ne, ich hab 900. 900. 900er, ja. Wow. Perfekt. Sehr gut. Als nächstes? Dann bin ich, oder? Das hast du jetzt gar nicht gesehen, gell? Ja. Hab ich zu schnell geschafft. Sehr gut. Du bist durch mein Auge durchgeswitcht. Sehr gut. Du bist durch mein Auge durchgeswitcht. Aber man muss keine freiwillig. Das heißt C, ne? Ja. Naja. Na ja. Ja. Da war ich so zugeguckt, hm? Ich lerne durch Gucke. Das war jetzt gut badisch. Ich lerne durch Gucke, ja. Also am besten ist es jetzt, ich weiß nicht, ob du mit dem probieren willst oder zwei von mir. Okay. Dann geb ich dir mal einen von mir mit. Und dann kannst du... Zählt auch nicht. Zirka. Danach bestellen. Ich bin mitbestellen. Nicht so traurig. Ja. 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 Das habe ich mir die Farben ausgesucht. Aber ich denke, also 100er das Wein. Ich denke, das ist immer wichtig. Ja. 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 Ja, das ist dann das Gewicht, das ist genau das ist dann das Grain per Inch. Und dann die 1.015. Ja, aber das Bein ist eigentlich der Wert, den wir brauchen, ja. Okay. Und sprich. Ich kann hier einen mitgeben. Kann das gut machen. Aber nein, das sind... Das sind hoch, 1,8 Grain per Inch. Aber war zu hoch, gell? Und da geht der Bogen. Und wenn ich aber nur 7 Grain per Inch nehme, dann ist der Bogen unheimlich laut. Dann schimmert er. Und das ist ja fast kein Gewicht, das sind 3 Gramm mehr oder so, ja. Ja. Treffer. Und trotzdem. Und jetzt. Na dann. Das liegt an den Fallen. Ja. Und der Erwin hat? Ja. Zwei Teile. Ja. Zwei Teile. Ne, nur ich doch nicht. Und der Hase. Hast du noch nichts getroffen? Ja. Noch nicht getroffen. Beim Hase ist er schwerer, weil der ist schwerer, gell? Der Hase ist dreckig. Der Hase ist dreckig. Der trennt nicht gespeichert. Okay. Okay. Abgetreffer? Ja. Abgefällt? Der ist echt fies. Das war aber kein Treffer. Ein Treffer und ein Mist. Was ich verlos gesagt habe. Nee. Bin nicht mit dem Bogen. Danke. Danke. Sehr schön. Nein, das fühlt sich gut. Das hört sich auch schon nicht gesund an. Ja, cool. Boah. War aber nicht schlecht, gell? Du machst jetzt aber gegeben, gell? Erreg dich auch auf. Das finde ich auch. Schön in die Gute rein. Das witzige ist das rausziehen. Das wird schwer. Okay. Ah, wie war doch. Wenn wir nicht noch eins für ganz hinten, wo wir von Hase noch nach hinten. In den Ring rein. Zwei in den Ring rein. Ja. Ich habe erst den Ring getroffen. Ja, das war ja Zufall. Der ist super. Boah, die sitzen aber platziert, gell? Ja, das ist halt, wenn du den richtigen Pfeil hast. Ist der jetzt härter? Der hart. Ja, der hart. Ich weiß nicht, wenn ich ihn rausziehe. Nein, ich meine der Pfeil von Ihrem Wingsbein. Der ist ein anderer. Der ist abgefreit. 700, was hast du? 1000. 1000 sogar noch weicher. Weicher. Der ist abgefreit von Jasmin. Der ist abgefreit gestildet. Ja. Hat der überhaupt schon ein M gemacht? Der da? Nee, ich glaube nicht. Hat er nicht das jetzt ein M? Nein. Also du hast das jetzt, aller guten Dinge sind drei, weißt du? Wie? Der da. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Boah. Ja. Greif mal. Der zählt. Ich weiß nicht. So süßartiger, he? Ich wollte nur nicht, dass man den so festzieht. Ich wollte nur nicht, dass man den so festzieht. Ich wollte nur nicht, dass man den so festzieht. Was ist der Pfeil denn eigentlich? Ja, Entschuldigung. Du bist ja voll aus der Balance, den armen Ding hat er da. Schau mal, wie du den raufziehst. Der hat mein Flüchtling umgebracht und voll schießen konnte. Ja, das war ein Wildschwein im Parkour. Ja, das war ein Wildschwein im Parkour. Mein Armenflüchtling. Einfach, ganz. Tschüss. Klappkasten. Wegwaren. 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 Ja, das läuft ca. 30 Meter. Und Frischling, alle haben sich dann gefragt, den will ich. Ich bin hin, zack, Frischling umgekippt, konnte man nämlich schießen. Ja, hilf. Ja, hilf. Und letztens lernen, ich lasse dich nie als erstes schießen, oder? Ja. Vom Neuner hier, gell? Ja, ja. Du hattest schon, ne? Seid mal deinen Bogen und deiner? Mhm. Brauchst du das mal an? Ja, das ist Treffer. Oder? Ober am Hals. Brauchst du Treffer? Jasmin? Ja, wir haben Treffer. Für sowas ist es eine Schraube. Die geht durchgehend, gell? Die? Ja, genau. Die geht durchgehend. Sehr schön. Du hast zwei Ems? Ja. Kennen wir die schon? Ja. Ah, okay. Ach so, die habt ihr schon gefunden. Ja, das ist gut. Boah, alter Fall da. Ja, da brauchst du, da brauchst du Handgranate, gell? Ohne Hände, aber anders keine Chance. Ich glaub, da müssen wir nicht mal weitere entfernen. Ja, ja. Aber dann, dann kriegst du einen. Ja, ja. Also. Jetzt war ich schon, oder? Komm schon, Digga, ein Triffchen halten. Das sagst du ausgerechnet hier. Danke. So, dann machen wir noch einen hier von der Zehen in den Reifen rein. Zwei Stück. Alter. Oder drei Pfeile. Ja. Ich hab keinen Satz mehr. Da durch. Ist doch egal. Das ist doch egal. Das gleiche M aus. Oh, das reicht gar nicht. So, jetzt hab ich mal den Bogen auf, bitte. Ui. Ui. Das ist der eine? Ja. Da hab ich nur einer von dir. Ja, ich hab zwei Treffer. Aber der eine ist richtig abgeditscht. Ui. Die sind weg. So, wir machen drei Pfeile auf den Ring. Drei. Ach so. Ich hab nur zwei Pfeile. Ne, komm, mach zwei. Aber egal, schieß. Schätzt. Ui. Weg. Auf jeden. Hier. Durch den Ring. Ja. In den Ring rein. Ja, in den Ring rein. Oh mein Gott. Ja, dann halt es nur. Geht schon. Oh mein Gott. Ja. Zählt der Ring nicht auf? Äh, im Prinzip, ich weiß nicht. Ui. Ja. Mag bei einem mal schon mal gehen. Also durch, haben wir gesagt. Ja, irgendwie da rein. Ja, irgendwie da rein. Da hab ich den Verlass geschossen. Das zählt ja auch nicht weg, die Mitte ist ja einfach nur. Ist das eigentlich schlecht für die Federn? Was? Wenn der hier dann zu lang durchgeht? Nein. Das macht nichts. Du schleifst irgendwann ab, das ist ein Verschleißteil. Aber ihr könnt alle drei schießen, oder was? Da kommt jetzt noch einen von mir. Ja, also. Dann schieße ich immer raum nochmal. Schieß. Schieß ruhig. Mach dir kleine Gedanken. Schieß einfach. Ah, zu hoch, aber die Richtung war voll super. Die Richtung war okay. Ja. Muss ein bisschen tiefer liegen. Ist durch. Super. Sehr gut. Cool. Ja, normalerweise steht da hinten dann immer irgendwo der Uhu. Und dann schießen wir von dem Potest runter. Dann sind das ja ungefähr 25 Meter. Ja. Aber der Pit hat keine Lust, das Ding frei zu machen. Sehr schön. Mach langsam. Du hast Zeit. Du streng hast jetzt nicht gut. Boah, das ist sicher. Drei. Drei. Deswegen bitte noch mehr Abstand halten. Dann. Ja. Das ist sicher, wie weit die kommen. Wer noch? Ich muss noch drüber. Ja. Mach, ich muss auch noch drüber. Ach so. Ich habe mich jetzt. Mach ruhig. Ich weiß ja wie es geht. Ist das höher? Ja. Ich bin zu viel. Das war schon sehr schwierig. Weißenbrauen bin ich mehr, oder? Boah, alter. Also hier ist jetzt normal. Also hier hältst du jetzt wieder rein. Die könntest du mühren gehen, oder? Genau, ja. Ja. das geht jetzt nicht in der wertung rein also der Peter hat gewonnen mit 20 von 20 Möblächen